Yo Leute, herzlich und willkommen zu einem neuen Video, frisch geschnitten und frisch lassiert würde ich mal sagen. Yo, dieses Video wird wissen was anderes. Es ist ein Ankündigungsvideo, es ist ein Änderungsvideo vom ganzen Kanal. Äh, ja, so geht's. Ähm, ja, wir nehmen gleich die Änderung mal vor. Ich hab mich so ein bisschen weiter gespielt, so ein bisschen GTA gespielt und so. Und das hab ich, vielleicht habt ihr's beim letzten Mal schon gemerkt, meinen Namen geändert. Ja, Alphatube gab's nicht mehr, Alphataube, er wurde da raus. Und ich hab gemerkt, so, Alphataube ist schon geil. Fly wie eine Taube, wär schon ein nicer Schritt. Und so, jetzt wird's gemacht. Hier seht ihr's, warte, gut, wenn ihr's seht, könnt ihr's überhaupt. Bitte Kamera fokussieren, äh, fokussieren und, bam, Alphataube. Und jetzt noch auf OK drücken, dann ist das auch alles geregelt. Und zum nächsten Schritt, jetzt drück ich kurz auf OK, entschuldigt mich. So, warte, Namen ändern. Äh, ja, okay, gut. Äh, Namen ändern. Mein Name wurde jetzt auf Alphataube geändert, sehr nice. Ähm, ich heiße jetzt Alphataube, bin hier auch über YouTube so erwindbar und mein Spruch ist fly wie eine Taube. Wupp, wupp. Ich kann zwar nicht fliegen, aber ich fliege wie eine, aber ich bin Flücke. Juhu. Ähm, nee. Und jetzt zum nächsten Thema. Es wird, ich möchte eigentlich ein, ich sag mal, monatliches wahrscheinlich, oder, ja, ich denke mal ein monatliches Format machen. Das ist ein Q&A, das ist Fragtaube, würde ich mal sagen, aber, ja, für, ähm, Bäh, Vorschläge, für den Namen, in die Kommentare. Und auch Fragen in die Kommentare der Videos. Ich würde mich verdammt fest freuen. Ja, dies ist ein ganz kurzes Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schau.